Was ist die Situation der aktuellen Pandemie? Und diese Unsicherheit und Angst hat dazu geführt, dass der erste Mensch unnötigerweise gestorben ist. Die NBC berichtete am Dienstag, ein Mann aus Arizona habe nach der Ansprache von Präsident Trump, in der dieser von der vielversprechenden Wirkung von Chlorokin spricht, ein Präparat für Fische eingenommen, das Chlorokinphosphat enthält, ohne zu wissen, dass dies völlig anderer Wirkstoff ist, als das Hydroxychlorokin, welches ein potenzielles Medikament untersucht wird gerade. Er wollte sich und seine Frau aus Angst vor dem Infekt mit dem Virus schützen und hat dabei tragischerweise sein Leben verloren. Und genau dieser Fall zeigt uns doch, wie wichtig es ist, dass sich die Menschen in gewisser Weise, so gut es halt eben gerade geht, trotzdem sicher fühlen und nicht mit ihren Ängsten und Paniken gespielt werden, wie viele Medien es leider tun. Deswegen haben wir für euch neue Behandlungsansätze recherchiert und auch ihre Wirksamkeit und Sicherheit kritisch hinterfragt. Die WHO soll auf demselben schnellen Weg ein wirksames Mittel zur Behandlung von Covid-19 finden. Aus diesem Anlass wurde in internationalen Kooperationen und eine Studie namens Solitary ins Leben gerufen, in der vier Medikamente bzw. Medikamentenkombinationen getestet werden sollen. Das Virus Daticum Remdesivir, das Malaria-Medikament Chlorokin und die HIV-Kombination Lopinavir und Ritonavir. Eine von Frankreich aus koordinierte Add-on-Studie namens Discovery wird dem Studiendesign der WHO folgen und ausschließlich europäische Patienten einschließen und die gleichen Medikamente untersuchen. Getestet werden soll an 3.200 Patienten in Frankreich, Deutschland, Belgien, Luxemburg, Niederlanden, Spanien, Großbritannien, die mit dem SARS-CoV-2 infiziert sind und deswegen in einem Krankenhaus behandelt werden. Soviel zu der aktuellen Empfehlung der WHO. Allerdings wollen wir hier an dieser Stelle auch ausdrücklich darauf hinweisen, dass man sich immer fragen muss, was bzw. wer steckt eigentlich hinter der Empfehlung der WHO. Denn wenn man sich einmal genauer anschaut, woher die finanziellen Mittel stammen, mit denen die WHO arbeitet und ihre Projekte finanziert, dann muss man sich ganz klar fragen, warum diese Organisation denn eigentlich überhaupt noch Empfehlungen geben darf. Nach denen sich gerade in einer weltweiten Krisensituation andere Nationen auch noch orientieren. Warum? 2014 berichtete beispielsweise Frontal 21, dass vom Jahresbudget der WHO von etwa 4 Milliarden US-Dollar alleine 3 Milliarden US-Dollar freiwillige Beiträge sind. Darunter auch größere Spenden von Unternehmen, insbesondere der Pharmaindustrie und der Bill Gates Foundation. Da diese Themen heute wichtiger denn je ist, wird es dazu auf jeden Fall noch ein eigenes, separates Video geben, um euch da hingegen komplett aufzuklären. So, nun zurück zum eigentlichen Thema. Da die Impfentwicklung, laut der führenden Pharmafirmen, mindestens noch bis 2021 dauern wird, wenn es überhaupt einen Impfstoff geben wird, liegt der Fokus, was ich schon glaube, liegt der Fokus zur Behandlung von Covid-19 jetzt aber vorerst auf der Erforschung bereits vorhandener Wirkstoffe und Medikamente, die möglicherweise das Virus bekämpfen könnten. Bevor wir uns aber mit den einzelnen Medikamenten und ihrer Wirksamkeit beschäftigen, wollen wir kurz noch zum besseren Verständnis erklären, über welche Mechanismen das SARS-Coronavirus allgemein und auch das neuartige Coronavirus die Zellen infiziert und wie es zu einem schweren Verfall kommen könnte. Ein Virus kann sich im Gegensatz zu Bakterien außerhalb von Zellen nicht vermehren und benötigt daher zwingend den Zugang zu den Zellen eines Wirtsorganismus. Deshalb zählen Viren auch nicht zu den Lebewesen. Die Coronaviren verwenden nun für das Eindringen in die Zelle eines ihrer Hüllproteine, das sogenannte Spike-S-Protein. Dazu muss dieses S-Protein nun aber an einen geeigneten Rezeptor auf der Oberfläche der Zellen andocken. Und dieser Rezeptor ist das zelluläre Protein, das Undue Converting Enzyme, ACE2 bei uns. Dieses kommt hauptsächlich auf den Zellen des Herzens, der Lunge, der Niere, der Endothelzellen, also im Blutgefäßen und im Magen-Darm-Trakt vor. Das ACE2 dient auch für das neue Coronavirus als Rezeptor und damit als Eintrittspforte zum menschlichen Körper. Zusätzlich, dazu scheint auch eine sogenannte Serinprotease in den Wirtszellen eine entscheidende Rolle bei der Infektion zu spielen. Was genau macht das Coronavirus nun so gefährlich? Warum sind die Verläufe innerhalb der Risikogruppen mit diversen Vorerkrankungen oft so schwer oder verläuft tödlich? Das liegt daran, dass das Virus hauptsächlich die Lunge infiziert und dort Pneumonien, also Lungenentzündungen verursacht, wodurch es letztendlich zur Entwicklung eines akuten Lungenversagens, kurz ARDS, Akut Respiratory Distress Syndrome, kommen kann. Dann vor allem bei Patienten, die zusätzlich chronische Vorerkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Bluthochdruck haben, tödlich verlaufen kann. Mögliche Kandidaten für die Prophylaxe und Therapie einer Infektion mit Coronaviren sind daher Peptide oder kleinmolekulare Substanzen, die das Membran-assoziierte Enzym ACE2 blockieren oder Hemmstoffe der TMP-RS2. Unter den inzwischen eingereichten klinischen Studien wird in einem Projekt auch die Verabreichung von ACE2-Enzymen zur Therapie der Infektion untersucht. Lösliche ACE2 könnten durch kompetitive Bindung an das Virus die Ausbreitung verlangsamen. Andererseits könnte ACE2-Antikörper geeignet sein, um den Zugang des Virus zu den Zellen des Patienten zu blockieren. Einer der beiden Wirkstoffe, der momentan anscheinend die vielversprechendsten Ansätze liefert, ist das Malarie-Medikament Chlorokin. Die University of Oxford unterstützt derzeit die Wirkungen in einer placebo-kontrollierten Studie mit 10.000 Teilnehmern. Allerdings werden die Ergebnisse zu dieser Studie auch erst 2022 erwartet. Chlorokin verändert vermutlich die chemische Struktur des ACE2-Rezeptors. Das war die Eintrittspforte des Viruses in unser Körper. Nochmal als Erinnerung. Wodurch das Virus nicht mehr richtig an den Rezeptor andecken kann. In Zellkulturen konnten die Vermehrung des SARS-CoV-2 durch Chlorokin bis zu 80% gehemmt werden. In China und Italien seien angeblich bereits sehr viele Covid-19-Patienten mit Chlorokin behandelt worden, sagte der Tübinger Tropenmediziner Kremser. Und auch in Tübingen selbst soll das Medikament nun getestet werden. Unklar ist aber, ob es die gewünschte Wirkung zeigen wird, da die Erkrankten Chlorokin teils in sehr hohen Dosen und gemeinsam mit vielen weiteren Medikamenten bekommen hatten. Durch den Einsatz dieser hohen Dosen und die Kombination mit anderen Medikamenten kann die Wirkung nicht mehr vorhergesagt werden und kann im schlimmsten Fall sogar schaden. Denn Chlorokin ist in hohen Dosen toxisch. Und die Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten sind bisher nicht bekannt, Ausrufezeichen. Auch die Bundesregierung hat sich laut Bundesgesundheitsminister Kaufmann Jens Spahn bereits große Mengen an Chlorokin reserviert. Der zweite Wirkstoff, der neben Chlorokin am vielversprechendsten für die Therapie von Covid-19 gilt, ist Remdesivir. Remdesivir zählt zu den Virustatica und hemmt die Vermehrung bestimmter Viren, unter anderem auch Ebola und Coronaviren. Indem das für die Vermehrung erforderliche Enzym, die virale RNA-Polymerase, blockiert wird. Nochmal ganz kurz, wir haben DNA-Stränge, die Viren haben nur eine RNA-Stränge. Deshalb RNA-Polymerase. Was macht nun Remdesivir? Remdesivir endet von seinem chemischen Aufbau einem wichtigen Baustein der Erbinformation, nämlich dem Adenin und wird als falscher Baustein in die neue RNA des Virusnachkommens eingebaut. Die Folge, die RNA und folglich die Virusvermehrung ist gestört. Dies nennt man dann dementsprechend Basen-Analoga. Diese bereits antivirale Wirksamkeit und die durch Ebola soweit fortgeschrittene Forschung an Remdesivir macht man sich jetzt zunutze. Erste klinische Studien prüfen Remdesivir nun an Corona-19-Erkrankten? Die Untersuchungen laufen in China und in den Vereinigten Staaten. Ziel aller Studien ist, einfach gesagt, hilft Remdesivir bei Covid-19 und ist das Arzneimittel auch hinsichtlich der Nebenwirkungen sicher für die Patienten. Im Experiment mit nichtmenschlichen Primaten konnte eine Wirksamkeit gegen das Ebola-Virus gezeigt werden. In einer klinischen Studie mit menschlichen Patienten konnte dies dagegen nicht überzeugen, denn die Sterblichkeit der Patienten war nach einer Zwischenauswertung noch viel zu hoch, teilweise über 50 Prozent, sodass die Behandlung aus ethischen Gründen abgebrochen werden musste. Daher wurden anscheinend keine weiteren Ebola-Patienten mehr mit Remdesivir behandelt. Und genau dieser Wirkstoff soll nun bei der Behandlung von Corona-Viren eingesetzt werden. Erste Labor- und Tierversuche zeigen zwar, dass es Corona-Viren mit SARS und MRS hemmen kann, aber ob es am Menschen wirkt, ist bisher absolut unklar. Denn wie auch in der urbigen Studie gezeigt werden konnte, war Remdesivir nun in Tierversuchen wirksam, nicht aber bei der Behandlung von Ebola bei menschlichen Patienten. Leider können wir für Remdesivir bisher keine Studien oder verlässliche und zitierfähige Quellen zu seiner Gefährlichkeit finden. Letztendlich ist es schwierig, hier ein objektives Fazit abzugeben. Der Verlauf einer Corona-Infektion kann bei Menschen mit einschlägigen Vorerkrankungen zu sehr schweren Komplikationen führen und daher letztendlich auch tödlich enden. In vielen Fällen könnte die Gabe eines Medikaments für Chloroquine oder Remdesivir daher eine lebensrettende Option sein. Andererseits könnte es in manchen Fällen genauso gut zu einer Verschlechterung kommen. Wie bereits mehrfach erwähnt, sind es vor allem die Vorerkrankungen, die die Infektionen mit dem Coronavirus so gefährlich machen. Und genau hier sollte doch eigentlich auch der Ansatz liegen, und zwar in der Prävention, damit die Menschen in erster Linie gar nicht erst krank werden und dadurch anfällig für Viruserkrankungen dieser Art sind. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert habt, auf die Glocke drückt, damit ihr informiert werdet, was noch wieder kommt. Ich würde mich sehr freuen, euch zu sehen auf purazell.de. Meine lieben normalen Supplements, das ist vier bis fünffach höher, bioverfügbar. Und ich würde mich sehr freuen, euch da zu sehen, auf purazell.de, mich zu unterstützen. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal.